Hallo, liebe Diusy-Freunde, zu einer neuen Partie FIFA 22. Diesmal die Partie TSG Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld, die wir jetzt gemeinsam erleben werden. Hier spielen wir immer die Heimannschaft und auf dem Level Profi. Das ist das einzige Level, was ich einigermaßen gut beherrsche. Und ja, so weit, so gut. Und wenn euch das gefällt, dann bitte Daumen da lassen. Abo, ist alles kostenlos. Und oben rechts die Playlist nicht vergessen. Für alle Spiele, die wir bis dato auf FIFA 22 erlebt haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr öfters da mal reinschaut. Da waren einige Highlights mit dabei. Jetzt die Aufstellungen noch und dann kann es losgehen. Zuerst das Handshake noch natürlich, darf auch nicht vergessen werden. Und jetzt noch die Gäste. Genau. Und dann kann es losgehen. So, ich bin bereit. Bielefeld in rot, Hoffenheim in blau. So, ich muss sagen, gucken wir mal. Wie lange es dauert, bis wir den Ball bekommen. Hallo, voll fliegt. Oh Mann, sicher. Weiter Abflag. Das darf nicht passieren, dass er wirklich kommt. Oh Mann. Oh, Entschuldigung. Sicher. So, Raum. Mit viel Raum, genau. So, BW. Klasse Ball. Auch Karabara weg. Von der Flanke. Oh, ein Kicks hoch. Vorsicht. Weg mit dem Ding. Geiger. Geiger. Klasse, in den Lauf. Da haben sie viel Platz. Oh, ein schönes Ding. Der erste Torchance. Und Schuss. Und dann so ein Ding. Wahnsinn. 1-0. Hier, viel Platz. Wo ist da die Verteidigung? Und dann mit dem Vollsprint. Zieht er in die Mitte und haut dann voll drauf der Rotter. Junge, Junge, Junge. Zieht er in die Mitte. Gut. Es geht auch. Genau. Nein. Gut. Du bist da. Gut. Gut. Oh, schlecht. Der fällt voll dicht. Das ist ja nicht. Platz. Eckball. Weiter geht's. Ey, ey, ey. Was für ein Fehlpass. Schön, der Lauf. Klasse, da ist viel Raum da draußen. Viel Raum. Was macht er jetzt? Die Flanke ist scharf reingezogen, aber. Da stand keiner. Klasse. So soll's sein. Oh, wieder ein dicker. Wieder da, im Aufbau. Wieder aufpassen, Vorsicht. Achtung. Klasse. Unruhig, Bebo. Ja, die Schweinen machen das super da vorne. Ne, da passt Ortega auf. Ja, Bielefeld hat da in der Mitte nicht den Zugriff. Jetzt, Geiger. Klasse, Bebo. Oh, schade. Ruhig. Ne, der Netz hat man hier. Da, da, da. Ja, ja, ja. Mit dem Lupfer mal das machen. Alles klar. Ein riesen Fehler da, gerade vom Fußmann. vom Baumann. Und er runter. Klasse. Und er rüber. Ah, super Ball. Oh, das ist aber noch Janisch hier. 2-0. Schön gesehen hier. Hier. Klasse. Und dann in den Lauf hinein. Ich glaube, Samas Jeko war der Torschütze, wenn ich mich nicht irre. Wunderbar, das Ding. Wunderbar, das Ding. Ach, schade. Abseits. Ja. wieder war da um kopf 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 die kleider kurz nichts es gibt die gelbe karte die kippe auch zurecht na ja da ist die da ein bisschen über die klinge springen so freistoß jetzt das wäre ganz gut na ja das müssen wir so So, schauen wir mal, Andrade, Rüger, nein, 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 das ist fein, klasse, verteidigt, wenn wir so weiterspielen, dann können wir uns bald an die nächste Stufe wagen, aber noch sind wir nicht konstant genug in der Defensive, vor allem gegen bessere Mannschaften, das muss doch besser kommen, Lacke! Sehr, da, Andrade, Foul, ganz die gelbe Karte, Vasilianis, rechts, muss ja gleich Halbzeit sein, ja, Halbzeit, klar, mit dem Spinken, wir machen aber sofort weiter, keine Pause hier bei uns. So, da wollen wir mal gucken. Im letzten Moment wird vorgelegt, Rüger, Vorsicht! Oh, Mann! Der erste Torschuss für Bielefeld! Ja, immerhin! Mit den Fingerspitzen waren wir dran! Klaus mit dem Böck! Ruhig! So, erstmal ruhig, ne, wir haben Zeit, genau, immer schön, Köpfchen! Und dann mit dem Fehlpass, ist ja klar! Eieiei, Raum wieder mit dem Fehler! Und jetzt, Klasse geklärt, Baumgartner, jetzt mal mit Befreiungsaktion hier, Bebo! Oh! Ja, was machst du denn da? Alter, Bebo! Ah! Läuft da immer quer mit dem Platz! Und dann schütt mal zu runter! Ah! Das geht ja gar nicht mit dem Ping-Pong! Oh! Oh, Tiger! Da kommt der Ball wieder schnell zurück! Oh! 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 So weit! Oh, das ist jetzt! Oh! Ich hab das gerne gesehen! Boah! Oh! Oh, ich liebe das! der Baumann wunder gemacht, der Pugawa hat es mal wieder probiert, aber da ist Baumann auf der Höhe, passt auf. Kein Pfarrer Vorsicht. Ja, schlechter Ball, Bredel. Durch. Auch der Stink weg. Reinstoß für Hoffenheim, ganz gut. Hoffenheim hat momentan ein bisschen den Faden verloren. Das ist wieder, ah, Fehlpass. So, Wechsel. Bei Bielefeld. Durch. Bebo, Klasse gemacht, Bebo. Ha, 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 ha. Super getrieben von Bebo hier. Und Baumgarten da, das 3-0. Das müsste es doch gewesen sein. Die Vorentscheidung? Fragezeichen. Super hier rüber. Ja. Und dann einfach mal ruf. Keine Chance für Ortega. So. Nein, nein, so nicht. Bei den so nicht. Portal. Klasse, Hübner. Jetzt wieder Rutter im Vorwärtsmarsch. Ah, wieder gestoppt. Aber Bebo und Rutter sind gut eingestellt. Klackte Ball jetzt wieder auf. Baumgarten. Klasse. Oh. Oh. Das geht ja hier blitzeschnell. Und beide Mannschaften wechseln jetzt hier. Flanke kommt. Das Ball aus. Und Kläger ist da. Oh, wieder ein schlechter Ball. Oh. Oh. Hübner. Und jetzt wieder. Mit Sprint da vorne. Geiger Foul. Gelb. Oh, Gelb-Rot. Stimmt. Ja, das hat die schon gelb. Ja, bös. Aber nachvollziehbar hier ganz klar. Voll erwischt. Jetzt wird es nämlich noch einfacher. Wurter. Wurter. Wartig. Weit. So, es war nichts. Nein. Und jetzt wieder. Viel Platz Foul. Nächstes Foul. Gelb. Der Schiedsrichter kennt keine Kompromisse heute. Ja, klar. Tut mir leid. Erwischt. Erwischt den hier. So. Nächster Wechsel. Ne. Die letzte Minute. Die vielleicht hatte keine Chance heute. Irgendwie gefährlich zu werden. Jetzt vielleicht. Oh. Oh. Aufschlangen. Nochmal hier die Chance. Aber. Da ist er wieder. Der Baumann. Nächster Wechsel nochmal bei. Offenheim, dann der Weg kommt raus und die Idee kommt rein. So, Nachspielzeit, da steht keiner. Offenheim gewinnt souverän. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann gerne Daumen da lassen, Abo, ist alles kostenlos und weiterempfehlen, da wo es um Fußball geht. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben, bei der nächsten Partie. Jetzt gibt es noch die Höhepunkte. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, tschü! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.